Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Entgegensehen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Sieht entgegen, sah entgegen, hat entgegengesehen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich sehe entgegen. Du siehst entgegen. Er sieht entgegen. Wir sehen entgegen. Ihr seht entgegen. Sie sehen entgegen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich sah entgegen. Du sahst entgegen. Er sah entgegen. Wir sahen entgegen. Ihr sah entgegen. Sie sahen entgegen. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe entgegengesehen. Du hast entgegengesehen. Er hat entgegengesehen. Wir haben entgegengesehen. Ihr habt entgegengesehen. Sie haben entgegengesehen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich sehe entgegen. Du sehst entgegen. Er sehe entgegen. Wir sehen entgegen. Ihr seht entgegen. Sie sehen entgegen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich sehe entgegen. Du sehst entgegen. Er sehe entgegen. Wir sehen entgegen. Ihr seht entgegen. Sie sehen entgegen. Den Schluss macht der Imperativ. Sie entgegen du. Sehen entgegen wir. Seht entgegen ihr. Sehen entgegen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb entgegensehen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.